Oh Mann, das ist toll. Aber hast du vielleicht Lust auf ein Picknick? Oh ja. Oh Mann, das wird doch toll. Auf ein Picknick, da habe ich doch immer Lust. Ja, toll. Dann, wo sollen wir das machen? Wir sind auf der Wiese neben uns. Aber bis dahin, da muss man doch fahren. Oh, stimmt. Wir haben aber kein Auto. Was machen wir dann? Und was ist hier? Ach, schade. Na gut, aber wir könnten das Luxusauto nehmen. Ach ja, stimmt. Warte, ich hole es. Okay, dann hol es mal, wenn du das so sagst. Na ja, aber das Auto ist schwer. Das muss man dann entweder hier hinfahren. Kannst du das fahren? Natürlich kann ich es fahren. Doch ein Luxusauto. Oh Mann, 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 das da ist ja so ein tolles Auto. Oh. Oh, dann können wir jetzt auch fahren, oder? Oh Mann, ich sitze hier schon drin, aber ich mach mich mal auf. Okay. So, jetzt habe ich es aufgemacht. Und ich hole jetzt die Sachen, das ist ja alles da, also zwei Matratzen für jeden, na ja, noch ein bisschen Essen trinken. Okay? Okay. So, ich habe alles. Wirklich alles? Ja. Dann bring ich es hier hoch. Und komm selbst hoch. Ja, ich bring dann die Sachen auch hoch, okay? Okay. Oh, toll, du bringst ja die Sachen hoch. Oh Mann, ist das toll. Aber Würstchen, du musst dich in dein Kindersitz hinsetzen, wenn du die ganze Fahrt nur sich hinsetzen willst. Aber wenn du etwas, zum Beispiel, aber wenn du auf die Schaukel willst, oder da auf das Lila nach, das Bett, oder hier aufs Rad, wo man gehen muss, oder hier oben auf die Aussicht, oder mit dem Lift hochfahren, dann musst du mir es sagen. Hm, weil da kann ich dich abschnallen, oder du kannst dich abschnallen, aber trotzdem musst du es mir sagen, damit ich, wenn ich dann irgendwo bin, danach zu dir kommen kann und weiß, wo du bist. Falls was passiert. Na gut. Wo ist mein Kindersitz? Ach, das, das, das krieg ich mir gleich hin. Das, das, dein Kindersitz. Oh, ach Mann, aber, aber, Mann, das mit dem Anschnallding, ach Mann. Ich will aber jetzt schon was machen. Ich geh auf die Aussicht, die sich dreht. Wenn, 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 wenn es fährt, das Auto. Na gut, aber, dann mach's mal. Ja. So, ich bin angeschnallt. Bist du auch irgendwo? Ja, ich bin auf der Schaukel. Oh Mann, ist das toll. Ja gut, ich bin hier auf dem Vordersitz. Und wir können doch jetzt losfahren, oder? Ja. Dann mach ich es hier oben nur noch zu. So, wir könnten dann doch losfahren, oder? Oh ja, aber wenn das Auto fährt, dann dreht sich das. Oh, wie ein Karussell. Oh Mann, das dreht sich toll. Oh, wie toll. Ja, toll, toll, aber, ah, 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 ah. Hm, das geht. Wir sind gleich da. Was, schon? Ja, ha, ha, ha. Wow. Mach dich bereit, es wird schnell. Oh, oh. Oh, 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 das soll ich mich doch lieber anschnellen. Zwei, drei, zwei, eins, los. Hey, hä? Das Auto geht ja gar nicht mehr so schnell. Keine Ahnung, versuch's nochmal. Na gut, dann geh ich nochmal nach hinten. Genau so war es. Gut. Das ist da unten alles klar. Ja gut, dann 3, 2, 1, los! Oh Mann, das war aber schnell, oder? Emma? Emma? Was ist denn? Das sieht man ja gar nicht mehr. Oh ja, bei diesem Fahnen, da bin ich irgendwie hingeflutscht. Ach so, okay. Wir sind ja übrigens schon da. Wart, oh, da komme ich mal schnell nach unten. Mit dem Lift. Weißt du? Ja gut. So, ich werde jetzt mit dem Lift runterfahren. Ja. So, und, und, und jetzt, 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 jetzt will ich irgendwie hier unterrutschen. Hm, aber wie? 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 Oh Mann, keine gute Landung, keine gute Landung. Na ja, besser als gar nichts. Ich bin noch hier. Oh Mann, der Lift, bis nach oben, der war zwar lustig, aber nicht mehr so toll. Äh, 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 Württchen, was machst du da? Ich, ich höre die ganze Zeit so ein Geräusch und das kommt von unten, von oben, beides. Oh ja, ich bin der Lift runtergefahren. Sorry. Hallo, Elmer, falls du jetzt was fragen willst. Wir sind schon da. Oh, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Na gut, ich komme raus. So, äh, wie, wie, wie hast du denn das so schnell in deine Armut gemacht? Ach, einfach so, das, das war leicht. Hm, und du musst dann die anderen drei Sachen tragen. Drei? Ach so, mit dem Lollipop. Ah, okay. So, dann können wir. Aber die Matten. Die Matten? Hm, was ist mit denen? Die müssen wir ja auch noch hierhin tragen. Oh Mann, das wird schwer. Ich weiß, aber wir müssen ja nicht unbedingt auf einer Wiese picknicken. Warum? Wir können ja auch hier in diesem Rad picknicken. Also, jemand ist unten, die Matten sind unten und, und, jemand sitzt oben oder wir beide sitzen oben. Oh, ja, toll. Oh, ja, toll. Und, wenn wir auf die Matten gehen, können wir auch noch Stühle benutzen. Oder, wenn wir auf die Matten gehen, können wir auch noch hier? Oh, na ja. Ähm. Ähm.